So, nein. Können wir ganz viel Geld? Wir machen... Nein, ich verdiene ja eh nichts mit YouTube. So? Nein. Ich hab's schon erzählt. Wir machen weiter bei... Stahl 2. Matcheside. Das letzte Mal, ja, es ist nicht viel passiert. Wir machen halt einen Run und werden sterben. Okay, wir werden nicht sterben. Oh, ist das das... Oh, das ist das... Das ist das Level, in dem die... Das... 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 Jellyfish. Jellyfish, der die Schwerfisch-Dingens auftauchen wird. Ich kann die anschießen. Jetzt ist sie tot. Wo kam das raus? Bei normalen Gegnern, oder wo? Bei Jellyfish. Ah. Wenn der gerade da war. Okay. Darüber ist einer. Guck mal, Jellyfish. All mein Fleisch. Ja. Kriegst du nicht. Warum droppen die Pilze eigentlich auf, Fleisch? Das ist... Weil sie's können. Guck mal, Captain Bucking und... Das wollte ich nicht! Was ist da bis jetzt angewählt? Put me down. Ach, ich kann fliegen. Das wollte ich nicht haben. Aber vielleicht ist es ja ganz cool. Nein. Das ist frische. Yo, tschüss, Jellyfish. Ich hab schon das Gold gesehen. Ich... Mach auch gleich. Ja, das ist gut. Dank sehr. Gerne. Das ist ein Jellyfish, wer zu droppen. Uh. Uh, meins. Mein Jellyfish. Ich würde es nicht... Was, HP minus drin? Na gut, das nützt mir. Ist ja eh egal, weil... Ah. Das tut mir gerade nicht weh. Du hast gesagt, du hast es gesehen. Das muss auch. Was hab ich gesehen? Das Gold. Ich, das hab... Das untere hab ich gemeint. Aber das hab ich gar nicht gesehen. Das hab ich nicht gesehen. Das musste man aber sehen. Oh Gott, das dauert wieder drei Jahre. Oh, schies. Oh, Flimage. Wir haben halt voll den Post-Mangel. Das droppt voll auf. Au. Stürf, Jackiefish. Ich schmeiß halt deine Angst. Geht nie. Ja, jetzt. Da war mein. Das ist ganz wie Gold noch, ne? Ja, 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 ja. Nur wieder Ruhe. So schnell kommt der Typ von hinten schon nicht. Ne, ich mein, dass du es verplanst und dann doch weitergehen. Achso, ja. Ich glaub, ich bleib doch bei meinem Goldschwert. Das ist halt so schön schnell. Ich lass das echt mir das erstmal auf. Das Jellyfish-Schwert kannst du nehmen, wenn du deine Axt wirfst, dann... Ja, richtig. Die Axt hat so einen Start. Achso, dann wechsle ich quasi, werf das kurz und dann... Uah, was zum... Yo. Eine Jägerfähigkeit. Ich hab'n Pfeil für dich, einen Bone Arrow. Dann hast du den von mir aufgesammelt. Wahrscheinlich. Ja, Mann. Ich kann mir sogar neu herstellen. Kras, ne? Und dann... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also dann hebe ich das Jelly-Dings hier mal an der Seite auf. Dann kann ich da hin immer wechseln. Dann setz' ich grad mal... Ne, Quatsch, ich setz' keinen Trank an, ich mach' aus beiden einen, das weiß ich noch. Zack. Ja. Ich bin klug. Dann kriegst du ein Leben mehr. Richtig. Steinchen kannst du mir wieder zuschmeißen. Ja, hier. Ähm... Dann geh' ich mal Gold schmieden. Ist das hier? Ja. Irgendwann wieder die Ausrüstung auch so ganz gut. Mach' halt mal ne Goldrüstung, dann kann die Eisenrüstung weg. Mach' dir aber erstmal ne Spitzhacke. Ne Goldspitzhacke? Ja, dann kannst du Diamant abbauen. Oder du kaufst sie direkt da neben dir. Du siehst so. Dann kauf's mir. Oder ich kauf's nicht auch wieder. Oder so. Wir brauchen halt kein Gold mehr eigentlich. Wie viel Gold brauch ich für ne Spitzhacke zwei? Und dann kann ich sie mir auch noch bauen. Zwei Barren, ja. Ja, zwei Barren hab ich. Ja, scheiß drauf, wir kaufen ja. Okay. Wir kaufen und... Dann kann ich nämlich mich auch irgendwann mal equippen. Ich bin halt noch blank. Nehmen sie doch. Ja, wo ist sie denn? Lass sie dich dies bauen. Ähm... Also Geld. So, dann verkauf ich die Eisen-Spitzhacke. Ich bin nur ein Leder-Worker, wollte ich doch gar nicht. Wo ist denn diese Verkaufs-Fritze hier? Das übrige Gold kann ich dann mal zur Ausrüstung machen, wenn wir mal wieder was haben. Die Pilze können weg, hast du gesagt. Pilze? Ja. Ich ruhe. Ja, ja. Die ist nur nütz. Die Eisen-Armor kann weg. Dann hau ich das auch weg. Bloß, dass hier ein bisschen Platz wieder wird. Das ist ja nicht auszuhalten. Ach komm, weg da mit dem Kram, Lex-Handle und dem ganzen Scheiß. Was? Ups, ich hab was gekauft. Wooden Plank weg. Nein. Oh mein Gott. So, das sollte jetzt erstmal reichen, platztechnisch. Los, Wolf. Oh, ich sollte trinken. Macht Chaos. Oh, Wolf macht keinen Kader. Wolf macht Chaos. Der kann nämlich die NPCs, die Shops und so wegtragen und die Fenster- What? Okay. Ja, Mann. Warum? Keine Ahnung, aber guckst du, was? Ich schieb den jetzt in die Ecke. Mucha. Der Schmied ist weg. Ja, okay. Ah, was ist bei der jetzt gelassen? Ah, nein, nicht die Spinnendinger. Nicht die Eier kaputt machen. Klar, die Eier kaputt machen. Du willst, dass das Ding kommt, ja? Riesen, ja, natürlich. Oh boy. Wobei ich halt immer noch keine Ausrüstung habe, war so ein bisschen zackt. Ich mache halt wenig Damage mit meinen Pfeilen. Aber ansonsten, warum nicht? Weil wir sterben werden. Die sind easy zu dodgen. Und mal ein guter Lauf. Ich glaube, einer spawnt jetzt, oder? Ja. Ja, Mann. Ja, da ist es. 300 damage. Ich treffen lassen solltest du nicht. Das hatte ich auch nicht vor. Hast du aber getroffen. Ach, echt? Das gibt keine fünf Punkte für Gryffindor. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Moment. Ich muss neue reinpacken, so. Oh. Oh, wie ist sie tot. Pass auf, eine Spinne. Die wird uns alle töten. Oder nicht. Ich tippe eher auf mich. Hold on ist gold. Meine erste Rüstung ist nah. Spinne-smart, denk ich. Spinne-smart. Oh, das suckt schon. Oh, Conan will noch mehr spinnen. Eigentlich nicht. Hast du aber getan. Was? Ja, Mann. Wie habe ich das getan? Aua. Ich bin tot. Easy. Eine auch von denen. Du bekommst doch keine XP dafür jetzt. Ach, liebe dich. Ah, das ist gut. Krieg ich die nicht. Seh sie kaputt. Hm. Hör auf, Spinne. Sammel nicht meine Pfeile auf. Ich habe die XP bekommen, Edge. Nee, erst nicht. Doch. Wenn du um nix bekommst. Nee, ich habe gelevelt, du nicht. Aber er hat bei mir gesaunt und so gemacht. Ja, ja. Aber das zählt für dich nicht. Was ist mein Sound? Ich muss mal kurz hier was abdägen. Du musst kurz viel abbauen. So, ja, ja, ja. Vier Steine sind. Ich muss erst mal was trinken. Lops. Ich muss erst mal die nächste spülen. Ach, Junge. Puh, das war eine schöne Angst. Siehst du? Die sind easy. Ja, deswegen bin ich auch gerade an einer gestorben, weil die so easy sind. Ja, du sollst dich ja nicht treffen lassen. Nee, sie sind draußen. Generell solltest du die ersten nicht in diesem Spiel. Hatte ich ja auch nicht vor. Auf, dann. Meins. Noch ein Spinner. Oh, ich habe mich treffen. Nein, die geht in die Wand. Los, Rolf. Make me proud. Ups. Wir sollten uns langsam bei. Ja, geht schon alles noch. Kiste. Da oben ist Diamant. Da war irgendwas drin in der Kiste. Diamant, okay. Und Stein. Ich muss Diamant abbauen. Alles musst du holen können. Alles ist bisschen zählend. Ja, da kamen wir auch ein paar Diamant raus. Ja. Du hattest einen Barren, ne? Ja. Dann fehlt uns immer noch ein Erz. Leider. Hühnchenboss. So. Hühnchenboss-Teil. Erstmal den Kram verkaufen, den ich brauche. Schroben weg. Warum spawnt der nicht? Wurde rausgepatcht oder was? Ich hab ein Obsidian-Sword. Alter. Das ist ein bisschen besser als ein Gold-Din. HP plus 5. Bringt dir nichts. Ich weiß. Geil. Aber ich nehm's. Spider-Web hab ich zwei für dich. Ich will keine. Oh, danke sehr. Du willst keine. Wovon wolltest du die? Nein. Ich wollt für Bogen einen. Oh. Aber ansonsten. Ich stehe wie Steine. Ich hab vor meinen 150 für 71 verschossen. Sehr gut. So, und dann. Hä, wo ist das Diamant? Ich hab kein Diamant-Ohr. Weil ich's aufgesammelt hab. Oh, ach so. Du willst doch was eh nix machen können, außer ein Schwert ohne Pickel. Ich hab aber noch Eisen-Ohr. Gimme. Und gimme Gold. Ja, mach mal. Wir müssen gar nicht fertig Gold. Bitte? Wir müssen noch gar nicht fertig Gold. Ich hab'n Helm, fähig. Ne, eben. Ich hab'n Helm. Ich hab'n Eisenhelm. Oder kein Gold. Aber, äh, ich, 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 äh. Könnte mir jetzt noch Eisen- noch Gold-Schuhe machen. Schuhe? So, das sollten wir lieber einen Gold-Helm machen. Schuhe, es gibt ein Schild. Und das Schild ist scheiße. Ach, das ist gar keine Schuhe. Ne, war meiner Meinung nach ein Gold-Helm. Warte, wieviel Monster-Eiter hab' ich denn? Ich hab' 20 Dinger. Eisen wolltest du Ohr haben? Ne, ja, Eisen und all dein Gold und Steine und alles. Aber der Eisenschild bringt gar nichts, oder wie? Leben plus. Na toll. Weil wir ja nie auf Max-Leben kommen. Das nützt mir ja nicht viel. Dann hier Eisen. Steine auch? Ja, ja. Alles. Kohle auch? Nee. Nee, Kohle brauche ich. Stone hier. Und Gold übrig noch irgendwas? Nein? Ein Barren. Ah, das suckt. Ja, nimm du den erstmal. Elementarmüll so zu. Ich hab halt alle Erze. Äh, dann verkaufe ich mal die Hälfte an Wood. Warte, wieviel Heid hab' ich? Ach, den Helm brauch' ich da auch nicht mehr. Das Goldschwert behalte ich mal, falls das andere da korrig ist. Ich kann ja mal kurz gucken. Ich hab genug für auch... Ne, das schlägt ordentlich zu. Attack plus 30 und das Goldschwert hat der Attack plus 5. Ja, ich verkaufe das Goldschwert weg damit. Das ist mir treu Dienstig geleistet. Aber gut, die bringen eh nichts zum Verkaufen. Ach, drei Steine hab' ich. Äh, drei Pfeile hab' ich für dich. Hier. Leck wie hier die Kranken. Wo bist du? Darius? Komm, du bist da. Hey! Hab' ich... Wo sind die Pfeile hin? Ach, hier oben. Hier Pfeile. Okay. Ist meine Internetverbindung zur Köcke? Maybe. Keine Ahnung. Du denkst so viel. Okay. Oh, ich sollte essen. Scheiß, ein Dreck. Uh, Kondos and Alien. Immer noch. Jetzt hab' ich acht Firestarter gemacht, na gut. Ich mach' mal gerade da hinten Hühnchen-Gedönse. Mach' du Hühnchen-Gedönse, dann mach' ich auch da mein Fleisch dran. Perfekt. Du sollst es nicht essen. Fuck, ich muss mal die Bäume abbauen. Ich hab' jetzt neun Fleisch, das sollte doch reichen. Ich hab' 33. Gut, von mir aus können wir weiter. Ich wollte jetzt nix zum Heilen, aber... Die verkaufen auch nix zum Heilen hier gerade, ne? Ne. Doof. Na gut, gehen wir weiter. Außer, du brauchst noch was? Was zum Geier? Ja, wie komm' ich jetzt durch die Tür da? Tja. Ich kaufe doch jetzt hundertprozentig das blöde Schwert. Ne, tu ich nicht, okay. Ach ja, der Wolf ist super. Unnötigste Hunter-Fähigkeit. Au! Ich run-shatte die immer noch nicht. Das ist so eklig. Eklig! Hä, ich kann es nicht kaputt machen. Ich hab' das Netz angegriffen, aber es ging nicht kaputt. Was, du musst einfach nur gegenlaufen? Ja, ich hab... Es ging nicht. Ich hab' nichts. Hab' ich wieder genug Holz? Okay. Ah, ich wunderte sie. Ich bin tot. Weil du suckst. Ich bin tot. Ich wollte eigentlich die Axt da unten wegwerfen, weil da so viele waren, aber der Plan ging nicht auf. Ich wollte jetzt nur 1HP die ganze Zeit. Ist ja egal, solange ich dich wieder blieben kann. Ach man, diese scheisse Axt, Alter. Fuck. Du darfst nicht sterben, dann kriegst du gar nichts, Piggy. Die verschwindet leider zu schnell, ich kann dich nicht wieder blieben und dann erst. Bist du eh gleich ein Max-Level, oder? Max-Level ist hier, gibt's kein Max-Level. Was gibt's nicht? Oh. Du schaltest was frei, wenn du ganz hoch bist. Ach so. Ich wollte das nicht. Du fliegst hier wieder durch die Gegend. Du fliegst hier wieder durch die Gegend. Das wollte ich auch nicht. Die Gegend fliegen ist auch super. Ja, super. Du sammelst die ganze Zeit meinen Schrottpfeiler ein, aber... Kriegst du gleich wieder. Nice. Teufel ist... Uff... Ach du, Spinne kommt, ich bin tot. Alter, kommt... WTF? Was machst du? Tod sein. Ich bin halt einfach mal ein bisschen. Dass man eben Damage verhindert. Ah, Kampf ist halt risky. Naaah. Ich merke das schon. Wow. Okay, ich hab acht Tränke. Was zum Fick? Kleine? Ja. Ja, wie Typen-Dropfen. Ich mach mal gerade viel große draus. So. Aua, schade. Der Stein war böse. Pass auf, ein böser Stein kommt. Oder ne? Der bleibt. Nein, mein Fein. Der hat nie wieder gesehen. Jetzt aber noch. Also es fehlt immer noch zu. Und D-Drop auch immer HP Potions. Ja, ich hab's gemerkt. Das ist gut. Ah, hier ist schon Ende. Haben wir noch irgendwas ausgelassen? Alles. Okay, jetzt gibt's nur noch den Dungeon. Ja. Lass mich die Gegner abschießen einfach. Dann... ...kommen wir nicht in Aggro-Range. Was? Dann machen wir nix. Ja, ich kann von weitem schießen und dann... ...bewegen die sich nicht. Wer ist die? Wenn man halt einfach... ...Gegner. Achso. Wenn man halt einfach hinten stehen und machen nix. ...easy. Deine Pfeile. Bitteschön. Hey. Hast du Steine, Eisen, Gold? Nein. Aber alle Ärzte, die du hast. Die du nicht mehr hast. Iron-Ohr. Das war's. Stein-Tieren. Stein-Emmissor. Stone acht Stück, ja. Gold? Nix. Nur ein Barren. Ja. Ich hätte noch... ...drei Monster halt. Ich hätte noch... ...drei Monster halt. Naaa... ...brauch ich nicht wirklich mehr. Ich hab für... ...meine Rüstung alles. Okay. Kannst du das verkaufen. Hab ich getan. Okay. Du hattest ja auch Prostions gemacht, ne? Ja, ich hab drei große jetzt. Gut. Ich hab jetzt auch welche. Die haben ganz gut... ...gedroppt gerade. Okay. Und dann... Ja, wir haben irgendwie nix bekommen, aber... Dann kommt jetzt der lustige Dungeon. Socks. Ich bin tot. Alter. Der hat neun Schaden gemacht. Ja, du sollst dich nicht treffen lassen. Jensen. Das ist nicht so easy. Ich glaube, du kommst wenigstens gegen den klar. Dann schmeiß nicht deine scheiß Axt gegen den Bogenschützen raus, die ich snipen kann. Was, du hast ein Treasurer öffnen, Dings? Ja. Fick dich, Skelett. Arschloch. Ich hab Dingens, also ich hab die goldene Kisten öffnen und äh... Achso, okay. Und und den... Ah, Mann! Da kam Summe Zombie raus. Das war ein Mimik. Das war ein Mimik. Mimik schiebt mich runter. Das ist gut. Dann kommst du nämlich runter an die Mimiker. Das ist gut. Was machen die jetzt? Alter, die Zombies sind voll. Was ist mit denen los? Wir haben alles mit. Kaputen. Oh, da kam so ein gutes Schild raus. Gutes Schild, wo bist du? Zieh das Zeug nicht weg. Ich sammle jetzt gerade auf. Ich zieh nichts weg. Pfuh! Was denn? Du hast dir das... den Loot rumgeschoben. Achso. Was ist das da? Wollte ich... Ja, Mann, jetzt hab ich die wieder losgelassen, die scheiß Axt. Oh, ich hab ein Obsidiens. Stoneblade kann weg. Was ist das? Emerald Combat Axe? Nee, brauch ich auch nicht. Ja, es wird... Total Biscuit increases HP and Mech bei 3. Ja, toll. Nützt mir ja nix, wenn ich die nicht habe. Die Mechs. Oh mein Gott. Wie soll man hier durchkommen? Oh, fuck this shit. Oh mein Gott. Wie soll man hier ohne Damage durchkommen? Da? Sieht jetzt nicht so schwer aus. Ja, weil ich die Bogenschützen weggemacht hab und den scheiß Jean da hinten stand. Ja, gut. Ich lass die Steine da mal gra... Oh, fuck! Die Steine kannst du da lassen. Ach, das ist ein Gegner hier vor mir im Gesicht. Autsch. Ich stehe da ein bisschen ungünstig, wo ich gestorben bin, aber du kriegst das hin. Äh... Warte, ich glaub ich hab eine gute Verwendung für meinen... Wolf. Wolf, los! Geht dann aus! нимine Sahne Wobei! Lo sake! Alright, gern noch was die pedir. Oh, was du mit deinem Alltag? Ehm, ja RIGHT Elf! fucking hospitalaaa Einmal was du mit deinem Alltag mitmacht. Oh, Hosey... Das hat mich doch ins ganze Level geschleift! Ja, wie soll ich dich sonst wiederholen? Ich weiß es nicht... Die Kugel unterbricht mich, wenn ich da mitnehme... ... beim Aufla... wieder aufstehen... Jetzt muss ich dabei wieder durchkommen, ohne Schaden zu nehmen... Dann trink'n'n Trank und... Hab' ich ja! Trink' mehrere Tränke, bitte... Ah, ich geh' oben rum... Das war easy... Oh... Oh... Diesmal haben wir aber Ohr... Also... Diamantohr... Was muss das denn? Das Herb musst du mitnehmen, ne? Ja... Ich satt' hier grad nur aus... Oh Gott! Moment... Den kann ich anschießen... Drei Mal und dann ist er tot... Den da drüben auch... Nuss... Dort ist ne Goldkiste, ich mach's mal den da oben... Nein, ich mach' den nicht da oben... Oh... Ja... Hm... Trink' halt mal deine Scheißtränke... Ich hab' ja nur noch einen... Oh... Jetzt ist er weg... Wir kommen jetzt an die Goldene Kiste da ran... Aua... Was war das? Was war da drin? Ich hab' keine Ahnung... Wir werden's sehen... Warte, du bist kein Gegner... Da ist was an... Wow, da ist ein roter Bogen... Ist das was für dich? Oh ja... Rote Bogen ist super... Oh ja... Oh ja... Passt' nie? Nein... Okay... Warte, verschießt er immer noch Pfeile? Naja... Jedes Mal setz' ich den Scheiß da ein... Okay... Du kannst weiter... Geh mal wieder ins rote... Okay... Oh... Was ist das denn? Oh... Full HP! Das hier? Ja... Ich hab's grad gekauft... Kann ich das auch noch mal kaufen? Nee, überhaupt einer kann's noch kaufen... Aber... Ich hab' noch die Option... Achso, ja... Dann kauf's... Ja... Minus zwei Tag... Vogelboss! Hast du nicht gesagt, das ist Full HP? Ja, ist wahrscheinlich von uns beiden random... Da stand dort, er denkt, ich bin... Ich bin... Äh... Unwürdig... Ja, das ist random... Achso... Das gibt dir einfach ein Random-Stat... Mal gibt es dir Plus, mein' ich... Achso... Ja... Da hätt' ich lesen sollen vorher... Hast du lesen? Aber was das ist... Ich komm... Ich kann hier weh' nicht machen grade... Da stand nix... Ah, mein weh geht nicht... Hä? Ich kann nix verkaufen... Hast du den Inventar offen... Kannst du vielleicht... Jetzt geht's... Oder du musstest... Ja, weiter weg machen... Das war strange... Hast du Gold? Äh... Oh, ich kann mir Diamant sein... Kein Ohr... Ich hab... Vier Eisenohr... Eisen... Ich dachte ich hab Diamant abgebaut... Aber ich hab kein Diamant... Ich hab... Ich hab... Gold machen kannst du mir auch geben... Ich hab jetzt genug dafür... Und Eisen... Und Eis... Ob der Diamant war auf... Na gut... Ich hab noch zwei... Big Mana Potion... Kannst du weg... Ja... Kannst du weg... Ja... Das sind kein Magie... Benutzer... Dann hab ich einen Paladin Guard... Das ist ein Ring oder so, wa? Nee... Ach, das ist ein Schild... Der macht aber auch Attack plus zwei... Also der ist okay... Okay... Und dann ist der aus einer goldenen Kiste gekommen... Den hab ich noch nie gesehen... Ja... Korrekt... Den kenn ich nicht... Ich hab nichts zum Heilen... Oder es heilt mich dieser blöde Keks... Ja... Ah... Der Keks heilt mich sogar doch auch... Achso... Ich hab alle auf einmal gegessen... Bis sie mich verarschen... Ja... Ist er ja... Okay... Ist halt eh noch ein Step-Bonus... Ja... Ja... Gut... Boah... Aber ich hab gerade 54 Leben... 54... Ich hab 10... Weil mich das Ding halt voll gefüllt wird... Ja... Super... Das war einfach mega... Ich will auch... Ich warte... Ich kann dir meine vier Potions... Aber ich glaube... Da stand sogar dort... Der Tanken... Das ist zwei... Das heißt... Ich hätte es wirklich lesen müssen... Was? Ne... Da steht ein... Kannst du meine Potions nicht aufs andere? Doch... Doch... Dankeschön... Ich hab 50 Leben... Wenn ich die verschwenden hab... Bin ich ein Noob... Ich würde die verschwenden können... Boah... Ich hab grad so... Den Eventarplatz... Mann... Ich muss das hier umwandeln... Das da... 20 Pfeile... Yay... Ich könnte mir noch eine Goldrüstung machen... Dann bin ich auch fast fertig... Ich hab ja sogar ein Diamantdinger... Ich hab noch zwei Diamantbarren... Ich hab noch zwei Diamantbarren... Ich hab noch zwei Barren... Aber... Ich hab noch zwei Barren... Das heißt... Wir können bald eins für dich machen... Okay... Ich hab jetzt endlich mal auf... Mit dir aufgeholt... Ich hatte dir die ganze Zeit nix an... Sag Bescheid... Wenn ich weitergehen kann... Ja... Moment... Ich hab gerade... Beziehungsweise wir machen eh nochmal... Wir machen eh den Party an der Stelle aus... Und dann... Sehen wir uns das nächste Mal wieder... Tschüss... Danke fürs Zuschauen... Wir sind immer noch im selben One... Meine Güte... Ich danke... Und tschüss...